Willkommen zusammen zu einer neuen Folge von OMSI2, dem Omnibus Simulator. Wir sind weiter unterwegs mit unserem MAN NL 313 CNG mit dem Erdgasbus und heute habe ich mir überlegt, wollt ihr euch mal eine Geschichte, die mir letztens wieder passiert ist, erzählen, beziehungsweise nicht mehr, ich war ganz normal in Düsseldorf, bin ich in diese Bahn eingestiegen. Ihr wisst ja, ich komme aus Düsseldorf, deswegen bin ich da hin und wieder mal unterwegs. So, und da fährt man ja immer, also ich musste immer mit dieser, mit diesen Überlandbahnen, ich weiß leider den Fachausdruck nicht, aber die sind ja so hochgelegt und so, das sind ja so riesige Klötze und mit denen muss ich mal fahren und die sind ja auch schon uralt, da gibt es ja mehrere Generationen und die sind aber fast alle glaube ich noch in Betrieb. Ja und dann bin ich da schön eingestiegen in den Tunnel und am Anfang lief das auch alles noch normal soweit, war nichts ausfällig, aber dann fuhr die Bahn aus dem Tunnel raus und die Türen gingen auf, soweit auch noch normal, dann ging der Motor aus und der, ähm, der Fahrer stieg aus seinem Raum aus und lief nach hinten, also rannte nach hinten zu irgendeinem anderen, also zu seinem, zu dem, zu dem gegenüberliegenden, äh, Führerstand heißt das glaube ich, ne? So, dann hat er da irgendwas gemacht, so nach zwei Minuten kam er wieder nach vorne gerannt, startete die Bahn wieder und fuhr los. Gut, das kommt hin und wieder mal vor, äh, nicht alles funktioniert, die Bahnen sind schon älter, soweit nichts Ungewöhnliches. Eine Nächsten Haltestelle, ging die Türen auf, ganz vorne, sobald die Türen zu waren, ging auch wieder die Tür auf und es rannte der, äh, der Bahnfahrer aus seinem Führerstand in den anderen, werkelte da irgendwas und nach ein, zwei Minuten kam wieder raus, startete den Motor und fuhr wieder los zur nächsten Haltestelle. So, jetzt muss man Cut. Entschuldigen Sie, kein Fahrscher? Ja, entschuldigen Sie, ich erzähle hier grad was. Wollen Sie lauschen? Entschuldigung? Ja. Bitte. So. Gut, dachte ich mir, da wird die Störung jetzt gefunden sein und jetzt, äh, fahren wir einfach ganz normal. Mal. Vielleicht ahnt ihr es schon, aber an der nächsten Haltestelle, die Bahnen wieder nochmal an, die Türen gingen auf, sobald die Türen zu waren, stieg der Fahrer aus, rannte nach hinten und werkelte wieder irgendwas, kam wieder nach vorne gerannt. Mit jedem Mal, mit dem das passierte, wurde die Stimmung etwas heiterer im Zug. Am Anfang grinsten, also nach dem dritten Mal, als das passierte, grinsten die Leute nur. Und das wiederholte sich dann noch über einige Haltestellen. Niemand wusste, was macht der da? Warum rennt er immer nach hinten? Hat er hinten irgendwas vergessen? Oder hat er hinten sein Butterbrot und will man schnell ein bisschen nehmen? Man wusste es wirklich nicht, was er da hinten gemacht hat. Aber er rannte halt an jeder Haltestelle nach hinten und werkelt da irgendwie rum. Und dann irgendwie nach dem fünften Mal, also das passierte an jeder Haltestelle kontinuierlich, und dann nach dem fünften Mal, also heizen die dann so Omis, die um mich rumsaßen, bei denen ich halt saß, heizen die dann an und meinten, sollen wir mitrennen? Und da war dann irgendwie... Aber ja, also der nahm es auch halbwegs humorvoll, aber ließ die Leute im Unklaren, was er da eigentlich gemacht hat. Und natürlich summierte sich dann irgendwann die Verspätung. Irgendwann kam dann die Durchsage, ich versuche jetzt noch einmal, sonst müssen wir mit 30 fahren. Ja, ihr könnt ahnen, was passiert ist. Er hat noch einmal versucht und natürlich mussten wir dann mit 30 fahren. Und natürlich waren wir dann auch 20 Minuten später da, als ursprünglich anberaumt, also durch den Fahrplan vorgegeben. 20 Minuten, weil diese Bahn nur 30 fahren konnte. So, jetzt kann man natürlich von einem bedauerlichen Einzelfall sprechen, aber das ist bei diesen Rheinbahnen die Regel. Das ist ganz schlimm, also es kann sein, dass die Stadtbahn da irgendwie, diese Niederflurbahnen, die sind ja moderner glaube ich, dass die da besser sind, aber diese Überlanddinger, das ist teilweise schrecklich gewesen. Im Winter funktioniert die Heizung nicht, okay, kann man sagen. Klimaanlage haben die sowieso nicht, also technisch sind die auch gar nicht so anspruchsfrei, glaube ich. Dann die Türen ständig kaputt und halt auch sehr oft schon erlebt, dass diese Dinger nur 30 fahren können, weil da irgendwelche Sicherungssysteme oder so nicht funktionieren. Und dann haben wir die Fragen, was ist da los? Das kann ja wohl nicht wahr sein. Also es ist dann auch irgendwie als Fahrgast ist das extrem nervig. Wir haben echt 0 Minuten Versperrung, ich konnte es gerade nicht glauben. Ich musste nochmal kurz nachschauen. Ja, das ist also, ja, irgendwie, also mich nervt das extrem. Vor allem, wenn man dann morgens zur Schule fahren musste und dann zu spät kam, weil die Bahn wieder irgendeinen Fehler hatte. Ja, also diese Dinger müssen dringend ausgetauscht werden. Und wenn ich dann höre, dass die Einbahn 15 neue Bahnen oder ich weiß nicht genau wie viel, ich glaube es waren ungefähr in diesem Rahmen 15 neue bestellt. Haben die ja, glaube ich, mit den Kölner Verkehrsbetrieben oder so gemacht. Dann frage ich mich, was sollen diese 15 neue Bahnen bringen? Die lösen dann die älteste Generation ab, aber alle Generationen dieser Überlandbahn müssen abgelöst werden. Und dabei gilt die Rheinbahn, glaube ich, noch als besser unter den Verkehrsbetrieben, also, oder auch sehr gut so. Und die Busse sind eigentlich auch immer, die Bahnen sind auch eigentlich immer sauber und so, aber die funktionieren halt nicht mehr wirklich. Ich glaube, es war auch zur Messezeit, das heißt, man hat dann alle Bahnen genommen, die man irgendwie hatte. Was hat die dann eingesetzt? Naja. So, Clay Allee, tatsächlich. Ja, jetzt funktioniert hier alles. Das ist ja super. Das freut mich. Ah, richtig entspannte Busfahrt. Da habe ich mich irgendwie zurecht gefreut dann hier drauf. So. Ich weiß gar nicht, wie viele Haltstellen eigentlich noch folgen, aber es war ja ein bisschen länger als der Hinweg zur Erste Route. Das Alliiertenmuseum. Das Alliiertenmuseum. Wir waren damals, als wir mit der Klasse in Berlin waren, waren wir im Haus der Geschichte, glaube ich. Oder so. Also, es war irgendein Geschichtsmuseum. War ganz interessant. Hallo. 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 Ciao. Ich freue mich auch richtig, dass... ähm... Ich freue mich richtig auf dieses Add-on Bremen, was erscheinen soll. Das wird, glaube ich, auch echt gut. Und es gibt ja Gerüchte, wer den Solaris für diese Metropole Ruhr baut. Ich weiß nicht, wie viel da dran ist, aber wenn es tatsächlich, wenn diese Gerüchte stimmen sollten, dann wird der Solaris bestimmt auch ganz cool, der da kommt. Und wenn der cool wird, dann würde ich den Entwicklern dringend empfehlen, den auch nochmal ohne Karte zu releasen, dann für halt weniger Geld. Aber ich weiß nicht, ob jeder, der den Solaris haben will, auch die Karte haben will. Nach der aktuellen Stimmung, und ich bin da ganz neutral, aber der aktuellen Stimmung habe ich das Gefühl, dass dem nicht so ist. Ach, komm. Kann hier sowieso nicht bleiben, weil da wieder irgendein Hayopay auf unserer Busspur hier fährt. Jetzt aber nicht mehr. Jetzt ist er abgebogen. Oskar-Jelenaheim. Guten Tag. Grüße Sie. Hallo. Keiner will mit mir sprechen. Sollte ich mir vielleicht mal Gedanken machen. Wir haben eine Minute Verfrühung. Na dann stellen wir doch mal eine Minute vor. Na, geht nicht. Na, die werden wir jetzt, das werden wir auch noch überlegen. Aber dann können wir mal kurz schauen. Wo sind wir hier gerade? Oskar-Jelena. Oh, das sind ja doch noch einige Haltestellen. So. Das ist natürlich ein viel zu kleiner Bus für so eine Strecke hier. Das ist natürlich klar. Vielleicht sollten wir mal, wie viel Grad sind es in dem Bus? 21. Das ist ja wohl temperiert. Trotzdem können wir mal gleich gucken, ob wir da irgendwas öffnen können. Wir haben ja die eine Minute Verfrühung. Will er einsteigen? Nö, der will nicht einsteigen. Dann fahren wir weiter. Leichertstraße. Wieder kein Haltewunsch. Niemand will einsteigen. Der Taxifahrer hat den gewonnen. Schatz, Ali. Wie man so dumm fahren kann, aber es ist ja durchaus realistisch. Also da gibt es ja ähnlich dumme Fahrer. Unachtsam. Ah, da will mal wieder jemand aussteigen. Okay. Wird schon zwei Minuten verfrühen. So. Können wir hier irgendwelche Dachluken öffnen? Oder müssen wir das noch per Hand machen? Das war nämlich bei dem O405. Habt ihr mir in die Kommentare geschrieben? Das habe ich gesehen. Das muss man per Hand öffnen. Ah, hier muss man auch per Hand öffnen. Tatsächlich. Sehr witzig. Machen wir das Fenster hier noch auf. Dass das wenigstens halbwegs erträglich ist. Mit so vielen Menschen hier. Im Sommer fand ich das immer schrecklich, wenn wir alle aus der Schule kamen. Dann hatten drei Klassen gleichzeitig aus. Äh, drei Schulen gleichzeitig aus. Und drei Schulen mussten sich dann in eine Bahn quetschen. Beziehungsweise man wollte sich ja rein schippen, weil man schnell nach Hause wollte natürlich. Und... Oh, das war immer ein Gedrängel. Oh, je, 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 je. Man hat, ähm... Mit Leuten Körperkontakt gehabt, mit denen man eigentlich keinen Körperkontakt haben wollte. Das war immer ein Highlight. Die scharfe Straße. Auch da will niemand... Das wundert mich jetzt aber. Da will niemand aussteigen. Vielleicht hätte ich den KI-Verkehr noch ein bisschen höher machen müssen. Aber ich bin mir nie so ganz sicher. Gerade bei X10. Weil das ja sowieso nicht so für die beste Performance bekannt ist. Dieses Add-on. Und wenn ich dann noch... Wenn ich dann noch... Ähm... Den KI-Verkehr hochregle, dann ist, glaube ich, hier... Absolute Party. Auf X10. Deswegen lassen wir es mal lieber auf diesem Dings. Nur, falls ihr euch wundert. Ruhig mal fahren, wenn grün ist, ne? So, Zählendorf Eiche. Gut. Ich würde aber sagen, wie es weitergeht, seht ihr dann in der nächsten Folge mit dem CNG-Bus. Das ist dann die letzte Folge. Mir macht es aber nach wie vor sehr viel Spaß, mit dem zu fahren. Deswegen haben wir jetzt auch schon so viele Folgen. Genau. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Würde mich auf jeden Fall sehr freuen. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss und danke euch fürs Zuschauen.